Herzlich willkommen zum singenden Advent. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute sind wir im Magdeburger Dom und ich freue mich sehr, dass der Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von Tobias Börngen heute hier Mehrstimmiglieder zum Gesang bringt und die finden Sie auch im Gesangbuch. Singen Sie einfach mit. Ein gutes Singen. Singen Sie einfach mit. Ja, hauze laut, Jerusalem. Husianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Gründe nun dein Ewigreich. Husianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Husianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mit. Ewig steht deinem Volk. Ewig steht deinem Volk. Ewig steht deinem Volk. Ewig steht deinem Volk. Ewig steht deinem Volk.